Viele Probleme aus den Bereichen Automatisierung und Kommunikation wären schnell gelöst, wenn man seine Ideen einfach in einer unkomplizierten Programmiersprache formulieren und auf Knopfdruck für sein Zielsystem kompilieren könnte. Mit Go hat Google eine solche Sprache geschaffen. Die PureBox von Wiesemann & Tice ist die dazu passende, unkomplizierte Hardware. Ein industrie-tauglicher Server für Kommunikations- und Automatisierungsanwendungen. Das auf ARM-Linux basierende System wird über eine benutzerfreundliche Web-Oberfläche konfiguriert und ist so innerhalb weniger Minuten betriebsbereit. Zusammen mit der PureBox bildet Go eine hervorragende Plattform für die schnelle Entwicklung von individuellen Automatisierungslösungen. Go ist leicht zu lernen, bringt eine große Standardbibliothek mit und verfügt über gut verständliche Mechanismen für nebenläufige Programmierung. Stellt man einem Funktionsaufruf das Keyword Go voran, wird die Funktion nebenläufig ausgeführt. Diese Go-Routinen können über Channels Daten austauschen. In diesem Beispiel liest die Funktion ReadTCP Daten aus dem Netzwerk und schreibt sie in den Channel CH. WriteTCP verarbeitet diese Daten und sendet sie über eine ausgehende Netzwerkverbindung weiter. Für einen TCP-Server benötigen sie nur wenige Zeilen Go-Code. Auf diese Art entwickeln sie in Windeseile Schnittstellenwandler, Skada-Komponenten und individuelle Interfaces. Go und die Purebox. Ein starkes Team. Ein starkes Team. Wenn die Verkaufel zu finden können, muss man besser auf die Welt verlassen. Im maximus, das ist die Verkaufel, mit der Verkaufel Underskipun.